Zum Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag des Außenpolitischen Ausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3, 241, der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte Ihnen, Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Windbüchler, Surschilmagister Wawrik, Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufstockung der Mittel für das World Food Programm 2016. Ich bitte Ihnen, Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist abgelehnt.